In einem neuen Video und heute spielen wir Mono-Teams, Monoboden, wie ihr hier seht, wir haben hier Osaluna, Lando, Tinglu, Gleisgore, Garchomp und Greatas, ich benenne die mal, und zwar einmal Forgy, ich gebe einfach, oh. Das war nicht extra, äh, warte kurz, Forgy, du kriegst keinen Namen, Entschuldigung, so. Und zwar haben jetzt Klotzseilen zugefügt, das war ein Spaß, ich hab's nicht extra gemacht, dann starten wir. Oh, ein Geisterteam. Okay, am besten senden wir als erstes, ähm, Garchomp rein. Wenn er jetzt mit Flutterman startet, dann ist es gar nicht gut, aber das tut er nicht. Hm. Was soll er dagegen nicht tun, ich weiß es nicht. Das Ding kann auch definitiv kein Willow Wisp, also gehe ich auf Schwertanz. Schwertanz. Oh yeah. Jetzt sieht er nämlich nicht kommen. Und Scaleshot wird ihn One-Shotten. Und bam. Was er jetzt tun könnte, ist auf Flutterman gehen, aber das Ding wird hier von mir outspeedet. Also, was machst du? Okay. Ist es Choice Gav? Wow. Okay. Okay, wir gehen jetzt aber auf Toxic Spikes. Damit wir erstmal die Spikes haben, du machst mir nichts, das war sogar ein kritischer Treffer. Und dann haben wir Double Toxic Spikes, die er, by the way, nicht wegmachen kann. Und das ist sehr gut für mich. Denn ich weiß einmal, dass er Choice Gav ist, oder Choice, nein, er muss Choice Gav sein. Ich weiß, dass er Choice Gav ist. Und ich weiß auch, dass er jetzt auf eine Wasserattacke geben könnte. Oder er geht auf eine, ich weiß nicht. Ich muss sagen, ich denke, Tino ist hier der Call. Denn wenn ein Special Attack runter ist, du bist physisch. Das ist riesig. Okay. Dann mache ich einmal Velvet. Denn das ist richtig stark. Dragon Dark. Das hilft mich nicht. Das will mich ehrlich. Perfekt. Dann mache ich hier einmal die Spikes rein, obwohl ich Play Rough ist, gibt es ja nicht. Ich würde sagen, ich gehe dann wieder in den Klotz. Play Rough. Ich habe Recover. Ich block den Recover. Ich block den Recover. Ich block den Recover. Golden Gold. Denkt ihr, dass ich denke, dass er denkt, was ich denke? Ja genau, das denke ich auch. Dann gehe ich jetzt auf Quick. Ah Trick, aha. Okay. Ist doch wunderschön, ne? Dass es einfach ein Black-Sludge bekommen hat, den er verdient. Ja, was will er jetzt machen? Ich habe ihn in die Falle gesetzt. Schaden vom Black-Sludge. Und ich mir jetzt einfach... Scheussgarf. Auch wenn es mir nichts bringt. Ja, siehst du? Und ja. Ich glaube, er ist jetzt am Ende. Phantom Force. Okay. Was willst du machen? Er hat viel Schaden gemacht. Obwohl, das waren die Spikes, ja. Was hat er eigentlich für ein Avatar das hier voll cool aus? Okay. Ich lege mal ein paar Spikes. Tangle überlegt das. Tangle überlegt das. Okay. Ich würde sagen, ich gehe dann jetzt auf dich. Minion. Dann ja. Ne, ich muss auf Earth Power gehen. Oh ich muss auf das ein Plan. Okay. E Cut Settings. Dann Glad ich ein bisschen spие. Dannaku... Bist du Zeit. ... ... ... ... ... ... ... ... So, das einzige was man machen kann ist jetzt auf Moonblast zu gehen, was mich natürlich nicht killt, das habe ich natürlich kalkuliert und das ist sogar perfekt und ich bin schneller als das Ding und so ja. Und wenn er das gelubiliert hätte, wäre ich ganz einfach auf Klott gegangen, dann ganz ab dem gespend und das war's auch. Okay, nice, schönes erstes Match, hat so sieben Minuten gedauert, ja, macht noch ein zweites. So, wir sind gerade im Match jetzt drin und an der Stelle sehe ich, dass wir Landorus reinbringen könnten, aber das ist, das ist ein schwieriges Match-up, denn Boden, also den Käfer resistiert nämlich Boden und ich glaube, was er anfangen könnte und zwar mit seinem. Oh, Low Kicks. First Impression wird sehr viel Schaden machen, ich gehe dann, er wird nicht auf First Impression gehen, ich gehe auf Swords. Ey, First Impression macht mir nicht so viel, muss ich so sagen. Das macht mir wirklich nicht viel. Aber wenn man das so sieht, ist Stahl Kiefer kein, also ein guter Typ, ein sehr guter Typ. First Impression macht viel Schaden, das weiß jeder. Dann gehe ich auf Scale. Alter. Mhm. Das war jetzt klar. Das ist natürlich schwer. Ähm, und ich gehe hier an der Stelle auf Ozaluna Blood Moon. Ja, das habe ich vorher gesehen. Und was denkt ihr? Ich glaube, ich greife jetzt mit einer starken Attacke an, deswegen gehe ich safely auf Moonlight oder ich kann auch direkt angreifen. Was ich jetzt an der Stelle mache, denn ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Oh, er bleibt drin. Okay, dann ist es gut, dass ich nicht auf Attack gegangen bin, denn jetzt geht er mich leider. Ist gefährlich, ist gefährlich. 2150. Okay. Okay. Ja, da haue ich ihn direkt mit einem Close raus. Obwohl... Close. Ja. Alter. Ey, Shiroff ist wirklich gefährlich. Ist einer der gefährlichsten Pokémon in anderer Zeiten. Oh, mein halbes Team ist jetzt fast wieder tot. Das ist 300. Der hat mit 0,3 HP überlebt. Das ist echt... Das ist echt cool. Okay, dann gehen wir hier auf Close Combat. Es killt ihn fast. Yeah. Ich denke nicht, dass Claymore eine Prioritätsattacke hat. Also... Oh, was? Choice Scarf? Wundervoll. Dann gehe ich auf Earth Power. Sturdy. Also killt nicht. Gyroball. Aha. Schön. Clever, ja. Das war schon klar. Aber ich riskiere es nicht. Oder... Er denkt lang nach. Ich glaube, er geht nicht auf Stone Age. Das ist normalerweise eine Aktion, die eine Person machen würde, die nicht lange nachgeht. Und ich habe gerade einen Vorteil. Also... Prediktet er es? Ich glaube er, dass er es prediktet. Genau. Obwohl das war jetzt nicht prediktet oder sowas. Aber er... Ähm... Ohohohoho. Ich liebe dieses Pokémon. Glandrus ist einfach zu stark. Ist zu stark für die Mieter. Okay. Boah. Einfach ein Nasty Plot. Ähm... Digga. Das Ding, was hier ist ein Nasty Plot. Jedes einzelne Pokémon, das es auf der Welt gibt. Das ist unglaublich. Wirklich. Okay. Das ist unser nächster Gegner. Ähm... Das riecht nach Sweeper Potential. Also... Ich starte mit Great. Die Great. Die Great. Soll schon einiges von seinem Team. Kontern. Oh. Er fängt mit genau dem Pokémon an, den ich nicht auf meiner Gegnerischenzeit haben wollte. Aber es macht 57 Schaden. Plus 1 Speed. Normalerweise hat er das in 295. Also wie auch Speedless. Und... Er überlebt wegen dem Plus 1 Boost. Aber den nächsten Treffer eher weniger. So. Oh. Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Wir machen noch ein Match. Denn das war zu kurz. Wir sehen uns dann gleich... Ah. Geht auch nicht. So. Natürlich. 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 An der Stelle gehe ich auf Clot. Denn das ist unser einziger Counter. Und solche Sachen. Dann gehe ich auf Toxic Spikes. Atsumare. Was für Atsumare gegen mich machen. Knock Off. Das ist ein sehr dummer Switch, mein Junge. Das ist ein sehr dummer Switch. Okay. Jetzt Opfern. Okay. Jetzt Opfern wir etwas. Hm. Was wollen wir Opfern? Ja. Ich würd sagen Rosa Luna. Denn es ausbietet eh nichts. Ja. 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 Er... Er... Er verfehlt. Jo. Okay. Ich geh auf Colin Mainz. Und ich... Ich geh auf Colin Mainz. Und ich geh auf Colin Mainz. Erstmal Colin Mainz. Ja. Oh. Oh. Der Surfen macht nichts. Und er gibt auf. Und er gibt auf. Okay. Das ist jetzt unser wirklich letzter Kampf. Ähm. Es ist actually sehr gut. Auf V-One-Shotted. So wie es denn loskommt jetzt. Ja. Ja. Der ist schnell. Der ist schnell. Flamethrower. Auf 50%. Der Burn. Interessiert mich nicht. Ja. Er könnte mich killen. Bei dieser Range. Oh mein Gott. Das ist... Äh. Was denkt die Nutze der Schwebe? Ja. Sussi Bacca. Okay. Er hat keinen Schwebe. Das zeigt dir. Das. So. Ich geh auf Gartrump. Swords Dance. Fuck. Was? Komm wach auf. Das sind zwei Sleep Turns. Oh mein Gott. Okay. Ach äh doch Schwebe. Okay. Hmm. 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 Tja. Oh. Ein Sleep Turn. Huh. Okay. Wenn ich. Das Wheezing wegkriege. Kann ich sein ganzes Team one shotten. Oh und äh. Sag mal wie. Weiß ihr das? Ja. Ne. Ich hab verloren. Alter. 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 Wir machen noch ein Match. Aber erst warten. Wir sehen uns gleich. Ach so. Und als. Ähm. Hilfe. Hier seht ihr das ganze Team. So. Terror. Äh. Typ Boden. Und ich spiel jetzt mit voller Konzentration. Und ich glaub Tingu ist hier gut geeignet. Ich merke gerade er hat kein Poké mit dem er aufsetzen kann. Was natürlich sehr gut ist. Bis gleich. So. Tinglu. Ja. Hm. Das hat er gut gemacht. Ich würd. An. Der. Stelle. Auf. Rosaluna gehen. Hängen. Neutern. Und ich frag nicht. Okay. Das war nicht resistent oder so. Das war gut zu wissen. Sonst hätte jetzt Tingu sehr viel Scham. Befessen. Das waren wir nicht. Hm. Ogapon. Ogapon. Ogapon ist natürlich sehr stark. Ah. Ogapon ist sehr stark. Denkst du er predigt das? Ja. Ja. Obwohl. Jetzt sind wir eigentlich am Arsch. Er verfehlt. Er verfehlt. Das ist perfekt. Okay. 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 Dann gehen wir auf Lando. Er macht zu viel. Ah. Oh. Ich hoffe mal. Er weiß hier ist der Arsch. Okay. Okay. That's a problem. Ich muss auf Scaleshot gehen. Die Moral. Die verfehlen. Die Moral. Die verfehlen. Ja. Preußen sollte nicht so gefährlich sein. Also. Wisst ihr? Oh. Ich glaube wir haben gewonnen. Ja. Ich glaube wir haben gewonnen. Ballon. 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 Plus 2. Ja. Oh. Extreme Speed könnte mich töten. Okay. Okay. Ja. Ogapon. Wusste ich doch. Okay. Jetzt ist Ogapon auch weg. Also haben wir fast gewonnen. Aber nur fast. Und ich muss definitiv Greattask behalten. Greattask ist hier mein Win Condition. Das bedeutet. Greattask ist hier ein Pokémon. Das definitiv in dieser Situation gewinnen könnte. Deswegen. Gehe ich jetzt zu Klotz. Drücke. Auf Toxic. Drücke nochmal auf Toxic. Und. Die. Und Sacrifice ihn dann. Dann gehe ich auf OSA. Der auf einmal Call Mines. Ja. dann auf Earth Power und das Ding dann zu killen dann noch mal auf Earth Power so ja ich denke nicht dass Akani von der Range mich umbringt und dazu haben wir auch noch Great Tusk und GG ok Leute das war es auch noch mit diesem Video wie hoch sind wir gekommen? 1204 oh das ist gut das war es mit dem Video checkt meine anderen Videos ab lasst ein Like und ein Abo da wenn ihr wollt und aktiviert auch die Glocke wenn ihr wollt also tschüss oh tschuldigung und viel Spaß noch im restlichen Leben